so leute da sind wir beim nächsten booster set booster strixhaven hatten wir neulich schon mal aber ich dachte mir heute heute ist der tag an dem wir keine karte von der liste bekommen sad world aber wir bekommen ein sehr sehr cooles art karte ein forest spirit summoning meiner meinung nach einer besten lessons für zwei doppel rot weiße und ein farbloses gehen wir an 32 spirit professor of sumancy vier mana 4 3 wenn ein spielfeld kommt kriegen wir einen schwarzen pest schwarz grünen pesthauke okay wenn der pesthauke stirbt kriegen wir ein leben ok 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 spainet karok 324 ich glaube wir sind in grün also grün schwarz zwei mana saucer wir kriegen viel leben mit lörn das sieht das sieht strange aus das artwork weatherbloom campus kommt getappnet spieltappen für ein grünes oder weißes natürlich schwarzes natürlich schwarzes warum möchte ich weiß und schwarze mal egal vier mann aus kreis oder blumen plätsch mage fünf mal ab und fünf mage kraft und immer wenn ihr ein ins in das hause wie kastet oder sie kopiert kriegt ein leben was bist du denn closing statement silverquill karte 5 mal ein instant karte zwei mal weniger wenn es in eurem end der benutzt wird wir zerstören kreatur oder planeswalker die nicht die wir nicht kontrollieren und danach legen wir eine plus 1 mark auf eine kreatur okay humiliate okay ach der andere karte ist humility stimmt ein schwarz ist ein weißes sorcery und ein gegner zeigt die karte in seiner hand vor wir nehmen eine nicht land karte davon die wird abgeworfen legen einen plus 1 mark auf eine kreatur und wir haben ein win glimmer snarl kommt enthauptet spiel wenn wir ein forest oder eine insel aus der hand vorzeigen ansonsten kommt getappt spieltappen wir ein grünes oder blaues unsere karte von mystical archive ist whirlwind denial drei mana wir kriegen für jeden spell oder ability den der jedner kontrolliert wird er gekonter das sei in der beste zahlt vier mal mehr okay charge through ein grünes mana eine kreatur durch trampel bis zumindest zuges zine karte die ist nicht schlecht und ein elementel ja etwas unbeeindruckend aber gut was soll's stück saven das war jetzt mal ein speedrun das nächste mal machen wir uns ein bisschen mehr zeit glaube ich wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin neuer blexit